Kapitel 11 der Vorlesung Information Retrieval IR Anwendungen Argument Ranking 2 Werfen wir einen Blick auf eine Debatte auf idebate.org Die These dieser Debatte ist, Wikipedia ist eine Kraft für das Gute. Als Debattenauftakt wird die Geschichte Wikipedias und ihr Erfolg dargelegt, um die These zu stützen. Darunter finden wir Argumente für und gegen die These. Von jedem Argument ist die Konklusion zu sehen, wohingegen die Prämissen in Volltext ausformuliert sind und per Klick geöffnet werden können. Eine Spezialität dieser Seite ist, dass zu jedem Argument auch ein Gegenargument angeführt wird, dessen Konklusion die Negation der jeweiligen Konklusion ist. Auf diese Weise können Interessierte sich anhand der Gegenüberstellung ihre eigene Meinung über die Stichhaltigkeit eines Arguments oder seiner Gegenposition bilden. Als spezifische Retrieval-Aufgabe für eine Argumentsuchmaschine kann daher das Retrieval von Gegenargumenten für ein Argument betrachtet werden. Um für ein gegebenes Argument Groß A das beste Gegenargument A quer Stern zu finden, werden seine Aussagen mit denen von A verglichen. Die Idee ist, die in Frage kommenden Kandidaten für das beste Gegenargument ihrer thematischen Ähnlichkeit zu A nach zu ranken, wobei eine möglichst entgegengesetzte Haltung vorliegen muss. Walton folgend sollte sowohl die Ähnlichkeit der Aussagen zur Konklusion als auch zu den Prämissen berücksichtigt werden. Hierfür betrachten wir zwei Ähnlichkeitsmaße, Phi C und Phi P. Um als Gegenargument für das Argument A zu fungieren, genügt es, wenn A quer die Konklusion oder eine oder mehrere der Prämissen angreift. Wenn die Konklusion angegriffen wird, ist die Aussage des Gegenarguments A quer, dass die Schlussfolgerung aus den Prämissen des Arguments A inkorrekt ist. Wenn die Prämissen angegriffen werden, wird die Schlussfolgerung als korrekt akzeptiert, jedoch unterstellt, dass dies nur möglich ist, wenn man falsche Annahmen zugrunde legt. Die diesem Problem zugrunde liegenden Forschungsfragen sind nun, wie die Ähnlichkeiten zu berechnen sind und wie die rechnerischen Ähnlichkeiten dann zu einer Gesamtbewertung kombiniert werden können. Zur Bestimmung thematischer Ähnlichkeiten gibt es zahlreiche Modelle und Algorithmen, die hier zum Einsatz kommen können. Was die Bestimmung der Haltung eines Arguments zu einer These betrifft, gibt es zwar einige Ansätze, diese sind jedoch themenabhängig. Wünschenswert ist dagegen ein Verfahren, das themenunabhängig funktioniert. Es bedarf eines Hypothesenraums von Modellfunktionen, in denen nach Ähnlichkeitsfunktionen gesucht werden kann, die es erlauben, beide Bedingungen an ein gültiges Gegenargument A quer für A messbar zu machen. In einer relevanten Studie von Wachsmuth et al. wurde ein solcher Hypothesenraum vorgeschlagen. Es wird eine Funktionenschar R von A und A quer definiert. Die Funktionen der Char bestehen aus zwei Komponenten, die gewichtet mit einem Faktor Alpha miteinander verrechnet werden. Die erste Komponente soll die thematische Ähnlichkeit berechnen. Hier werden die Ähnlichkeitsfunktionen Phi c und Phi p miteinander verrechnet und das Ziel ist, das Argument A quer zu finden, für den dieser Wert maximal wird. Die zweite Komponente soll die Haltungsähnlichkeit berechnen. Hier werden dieselben Ähnlichkeitsfunktionen Phi c und Phi p miteinander verrechnet, aber dieses Mal mit dem Ziel, das Argument A quer zu finden, für den dieser Wert minimal wird. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass auch die Haltungsähnlichkeit eine Form der inhaltlichen Ähnlichkeit ist, dass diese jedoch eine andere Struktur im Vergleich zur thematischen Ähnlichkeit aufweist und demzufolge auf andere Weise berechnet werden muss. Die Komponente für die Haltungsähnlichkeit wird von der Komponente für die thematische Ähnlichkeit subtrahiert, um sicherzustellen, dass die erwünschte Unähnlichkeit von Haltung von A quer zu A auch berücksichtigt wird. Die Summe kann nur dann einen großen Wert erreichen, wenn die thematische Ähnlichkeit eines Kandidaten für A quer groß und die Haltungsähnlichkeit klein ist. Um eine konkrete Funktion der Funktionen-Chart zu instanziieren, stehen verschiedene bekannte Funktionen Phi zur Bestimmung inhaltlicher Ähnlichkeit von Texten auf Basis von Back-of-Words-Modellen sowie Einbettungen zur Verfügung. Verschiedene Verrechnungsmethoden für die beiden Ähnlichkeitsfunktionen Phi c und Phi p, z.B. Min-, Max-, Addition- oder Multiplikation, sowie Gewichte für Alpha aus dem Intervall 0 bis 1. Die Verrechnungsmethoden für die Ähnlichkeitsfunktionen Phi c und Phi p sowie die gewählten Funktionen Phi selbst kann in allen Komponenten unterschiedlich sein. Auf diese Weise entsteht ein großer Hypothesenraum an möglichen Funktionen. Die Aufgabe besteht nun darin, hierin diejenige Funktionen zu identifizieren, die am besten dazu geeignet ist, Gegenargumente zu bestimmen. Um einen Eindruck von den Möglichkeiten dieser Herangehensweise zu erlangen, hier ein paar ausgewählte empirische Ergebnisse. Zunächst wurde eine Testkollektion auf Basis der Debattierplattform iDebate.org erstellt. Um die Themenabhängigkeit zu studieren, wurden Argumente und Gegenargumente aus verschiedenen Themenbereichen zusammengetragen. In verschiedenen Retrieval-Experimenten, hier für jeweils unterschiedliche Teilmengen der Kollektion, wurde dann die in einem Trainingsset best funktionierende Funktion gesucht, um diese dann auf einem Testset zu evaluieren. Hier drei ausgewählte Ergebnisse. Finde für ein Argument A das beste Gegenargument unter 1. allen Gegenargumenten aus derselben Debatte, 2. allen Gegenargumenten aus allen Debatten desselben Themenbereichs und 3. allen Argumenten des gesamten Portals. Für den ersten Fall befinden sich im Trainingsdatensatz für jedes korrekte Gegenargument im Schnitt drei Inkorrekte, für den zweiten Fall 136 Inkorrekte und für den dritten Fall 2800. Für jeden dieser Fälle wurde die best funktionierende Funktion neuerlich ermittelt. Im ersten Fall wird das korrekte Gegenargument in 75% aller Testfälle identifiziert, im zweiten Fall in 54% aller Testfälle und im dritten zu 32% aller Testfälle. Für die konkret am besten funktionierende Funktion möchten wir an dieser Stelle auf das Paper von Wachsmut verweisen, in dem noch zahlreiche weitere Details zu finden sind. Zwar sind die Ergebnisse noch nicht so gut, dass man das Modell in der Praxis einsetzen kann, da noch viel zu häufig Fehler gemacht werden. Jedoch zeigt der Ansatz, dass ein themenunabhängiges Modell eventuell in Reichweite ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017